Was zuvor geschah. Was denn los mit dir, hm? Nix, nix. Das war so klar. Ah, na, na. Ja, nix klar. Das war so klar, Alter. Ach, Mann. Klären wir das so? Ja! Mann! So, weiter geht's. Runde 3, entscheidende Runde. Steht 1-1. Wie? Was? Wie, was? Wo, wann? Ich verstehe nichts. Nothing is going on here. Nothing is going on here. Okay. So, was ist dein Plan so? Was mein Plan ist? Dich des Todes zu waschen. Ja, das hat eben ganz gut geklappt. Ja, das hat trotzdem sehr lange gedauert. Alles. Ja, aber du hast ja nicht von Anfang an zu Tode gerusht. Nee. Das ging ja noch. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Ja. Ja, später wurde es ein bisschen schwierig. Weil das halt auch eigentlich meistens den Goldvorteil, wenn du ein bisschen frech war. Ich hatte den Goldvorteil, ja. Ja, ja. War auch schlecht gemacht. Wie viele Enderpearls hast du geworfen? Gar nicht so viele, ne? Nee. Nicht nur eine? Ich weiß gar nicht. Nicht nur die letzte jetzt eben? Ähm. Ich glaube, ich hatte oftmals Gold für eine Enderpearl, aber ich habe mir nie eine kaufen können. Okay. Weil ich tatsächlich ziemlich unter Druck gesetzt war. Unter Druck gesetzt? Okay. Ja. Nicht gut? Ja, schon. Finde ich an sich ganz gut. Finde ich an sich ganz gut. Oder Druck. Druck finde ich immer gut. Ja, gut. Jo. Läuft bei mir nämlich. Läuft bei dir. Läuft bei mir. Auch live. Ja, okay. Nice. Hm? Genau so wollte ich das gerade. Ja? Äh. Sind sie sich sicher? Ich weiß noch nicht so. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ah, das stimmt. So, machen wir das mal eben so. Mal was davon. Dann nochmal eben. Nun, dann passt das. Dann passt das. Dann passt das. Sagt er. Sagt er so einfach. Naja. Naja. So, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt wird hier. Junge, Junge, Junge. Ich auch. Ich gehe auch mal eine etwas andere Strategie. Naja, ich merke schon. Wenn ich sonst so nicht gehe. Mal schauen. Ach, stimmt natürlich. Aber wir werden sehen, ob das was bringt. Bestimmt. Natürlich. Ich bin da ganz zuversichtlich. Ich bin da zuversichtlich. Zuversichtlich. Richtig zuversichtlich bist du oder nur so ein bisschen? Ne, richtig. Richtig. Richtig derbe. Schon richtig derbe. Das ist nett. Gut. So. 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 Oh. Warst du denn schon in der Mitte? Ja, ne? Ich? Nee. Ich? Nee. Nein. Nee. Ever. Never. Ever. Ich weiß nicht, was du von mir hältst, ja? Aber, ne. Als wenn ich sowas zu tun fühlte. Halt. Bitte dich. Halt. Gibt es in diesem 1x1 Sachen eigentlich auch eine Map, wo Gold in der Base spawnen? In der Base? Hm? Ich weiß es gar nicht. Glaube nicht. Das wäre ziemlich mies, Alter. Das wäre richtig mies. Das wäre richtig frech. Hi. Na du? Na du? Na komm rüber, komm. Lass uns kämpfen. Ich halt rein. Ich halt rein. Kommst du runter? Bisschen spielen? Ja, hier bin ich. Hi. Hallo. Wie er da drin steht. Wie die. Wie die. Wie die. Wie die. Wie die. Wie... Danke fürs Wegbauen. Kein Problem. Gibt es Leitern? Wahrscheinlich. Ach, die Mitte war das stürmt. Ja. Welche Mitte auch sonst? Middle of Life. Middle of Life of Doom. Of Doom. Des Todes. Der neue Film. Nicer Dicer. Demnächst im Kino. Na schade, nix mehr drin gewesen. Nee. Das ist ja traurig. Mein Bogen ist schon rausgesnippt. Das ist ja traurig. Tschüss. Tschüss. Ich geh da mal. Ja, tschüssi. So. Mach was du willst, Alter. Hier ist ein Loch. Hier ist ein Loch. Hallo. Hi. Ich kann dir durchgucken. Mach mal zu hier, ne? Na, Stock, ey. Kannst ja zu mir gehen. Ah, geht das auch. Mach ich auch. Okay, mach das mal. Mach ich auch. Du hast bestimmt des Todes zugebaut, ne? Nö, geht noch. Ja, geht noch, sachte. Geht noch. Geht noch, sachte. Ist klar. Hallo. Hi. Ja, ist klar. Jetzt habe ich es natürlich ein bisschen verkackt auch. Ja, jetzt holt er seine Schwert. Und wird mich töten. Er wird mich töten. GG, aber GG. Naja. Nicht wirklich. War sehr riskant von dir da. Ich musste aber wirklich ums Haus rumlaufen, weil ich hatte zwei, drei Herzen oder so. Ich musste erst mal wirklich raggen, bevor ich mich in den Kampf mit dir wagen konnte. Dass du dann weggelaufen bist, kam mir natürlich dann... Naja, gut. Ich wollte das nicht noch in die Länge ziehen. Ja. Aber das wurde ganz schön eng noch. Dadurch, dass ich mich in den Tod gestürzt habe, habe ich gedacht, wenn er einen Tick schneller ist, ist er rechtzeitig da. Aber gut. Gerade so noch gewonnen. Gerade so. Ich weiß es nicht, was du hättest machen können. Du hättest entweder hinter dir zubauen können vielleicht noch schneller oder meine Schwerter noch rausnehmen zumindest. Hat es gar nichts gebracht, mir da 200 Rüstungen hinzustellen. Ich hatte so komplette Rüstung einfach acht, neunmal fertig, auch mit Lederrüstung, Spitzhacke. Nur für den Notfall, falls es wieder auf sowas hinausläuft, dann wollte ich nämlich rushen die ganze Zeit. Na gut, aber gut gespielt. Geht so, ne? Geht so. Na doch, doch, doch. Schreibt mal rein, Blocke hat gut gespielt. Ja, 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 ja. Falls ihr mitleiden mit ihm habt. Ja, wie gesagt, wenn ihr mitspielen wollt, einfach unten in der Beschreibung mal auf den Link klicken, auf das Bewerbungsformular. Haben wir ungefähr von einer halben Stunde, glaube ich, gesagt. Oder von 50 Minuten. Ich weiß es nicht, wie lange diese Folge schon wieder geworden ist. Ich möchte eigentlich bei 1 vs. 1 recht wenig wegschneiden. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet, aber ich habe es zum Beispiel bei dir gesehen. Ich finde es in Bad Wars, in vielen Sachen kann man wirklich was wegschneiden, aber bei Bad Wars finde ich es richtig schwierig, dann noch nachzuvollziehen, wie das alles zustande kam, wo man sich gerade befindet, was für Equip man jetzt auch hat, ob man noch Goldreserven hat und so weiter. Das an sich schon, ja, aber das Problem ist einfach, die Länge, ja. 50 Minuten, die letzten zwei Routen wird keiner sehen, tschau. Ja, ja, das ist das Problem. Genau, deswegen würde ich euch empfehlen, schaut auf jeden Fall einfach mal bei Blocky vorbei, nachdem ihr das Video hier geguckt habt. Werte, die ihr wahrscheinlich gemacht habt, wenn ihr das gerade hört. Und dann guckt einfach mal, welche Variante euch besser gefällt. Also da gibt es auch ein Battle zwischen mir und dem kleinen Wertenheim-Blocky, wie es da ausgegangen ist. Werdet ihr da erfahren. Und dann schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr besser findet, welche Variante. Eine zusammengeschnittene oder eine weniger zusammengeschnittene. Genau. So, genug gelabert. Vielen Dank, dass du dabei bist. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und tschüss. Und ich habe gerade meine Zähne aufeinander geschlagen. Und tschüss. Das ist natürlich sehr angenehm. Das tut weh. Tschüss. Woll ich mal pusten? Ja, komm her, puste. Er muss doch hierher kommen, hä? So rennt's dann von mir weg. Das können wir nicht mehr rausschneiden, oder? Nee. Jetzt ist zu spät. Das ist eine gute Idee. Der muss ja eher schaden. Bis dann. Jetzt sind die Bühne. Der muss ja schon mal zusammenschen. Und der wird ja schon einmal nerf. Das ist eine gute Idee. Ja, jetzt kann ich. Dann wird es nur noch mal zullegen. Ich bin der Bühne. Und der Bühne. Das ist ein guter Körger. Und der Bühne. Und der Bühne. Das ist nicht mehr schaden. Bühne. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020